Hallo und willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo von mir. Heute habe ich hier das Tosh Pyro's Flötentrio. Ja das sind so kleine Pfeiffontänen in Kategorie 1 von Tosh Pyro, also von Leslie hergestellt, ja. Und viel gibt es nicht dazu zu sagen, nur dass man also 5 Gramm pro Fontäne hat und dann werde ich mal welche zünden. Viel Spaß. Und so sehen die natürlich aus. Ja. Auf geht's. Okay. Und Stärkemessung. 115. Die andere. Ja. Richtig geil. 116. Und damit. Ciao. Bis im nächsten Video. 116. Untertitelung des ZDF, 2020